Hi zusammen, hier ist Pavel. Heute gibt es ein neues Video, wieder mal ein Review und zwar über das Objektiv Sony 35mm Blender 1,4 G Master. Bleibt dran! Erstmal schöne Grüße aus Spanien, aus Kreativstudio Del Mar und wie ihr seht, wir haben schlechtes Wetter. Gestern hat es geregnet, in Strömen übrigens, also in Spanien ist es auch nicht immer sonnig und das ist gut so zum Fotografieren. Deshalb bin ich gestern, nachdem Regen aufgehört hat, ein bisschen mit Sony Alpha 7 R IV und mit dem Objektiv 35mm 1,4 G Master losgezogen und habe ein paar schöne Fotos gemacht. In der Stadt, bei mäßigem Licht und das war wunderschön, das hat mir sehr gefallen und ja, ich habe das Objektiv jetzt quasi auf Herz und Nieren geprüft. Erstmal 35mm, wozu braucht man so ein Objektiv? Das kann man als Allround-Objektiv betrachten, weil damit können wir im Prinzip alles fotografieren. Landschaften, Architektur, Nahaufnahmen, Aufnahmen mit Poké, wir können Porträts fotografieren, wir können Stillleben fotografieren, also im Prinzip alles. Gut, also man kann natürlich auch mit anderen Brennweiten das Gleiche machen, aber das hier ist auf jeden Fall eine coole Geschichte und man hat auf jeden Fall Weitwinkel und mit diesem Weitwinkel kann man trotzdem Sachen machen wie Porträts. Also die Gesichter werden nicht so verzerrt, man bleibt ein bisschen schlanker und das ist ganz gut so. Erstmal zum Objektiv selbst. Also das Objektiv selbst ist ziemlich klein und leicht. Das Objektiv wirkt ein bisschen über 500 Gramm. Das ist natürlich ein Riesenvorteil. Hier gibt es eine Gegenlichtblende aus Plastik, also die kann man hier wunderbar befestigen. Man erwartet auch das Gleiche. Und es gibt hier die Möglichkeit, dass wir die Blende entweder auf dem Ring einstellen, also von 1,4 bis 16 oder wenn wir auf A umstellen, das mag ich lieber, dann können wir mit dem Rädchen an der Kamera die Blende einstellen. Dann gibt es noch eine Option, dass wir Click-on, Click-off benutzen. Also Click-off, das heißt, das ist quasi geräuschlos, dass wir die Blende verstellen und mit Click-on, da hört man, was da gerade abgeht. Ja, also mir ist lieber Click-on und ja, wie gesagt, also ich stelle die Blende lieber an der Kamera ein. Ich habe jetzt fotografiert mit 1,4 bis ungefähr 5,6, also mit 16, Blende 16 habe ich nicht fotografiert, weil die Lichtverhältnisse waren nicht so gut. Und deshalb habe ich jetzt die Fotos angeguckt und ich muss sagen, das sagt mir zu. Bokeh ist butterweich, also die Abbildungsqualität ist sehr gut. Also da hat Sony wirklich was Schönes herausgebracht. Achso, was ich vergessen habe, hier gibt es übrigens Feststelltaste. Die kann man frei programmieren, aber standardmäßig ist das Fokus Feststelltaste. Was ich fotografiert habe, also zum Beispiel, wenn ich in der Stadt fotografiert habe, dann habe ich Blende etwas zugemacht. Die Fotos sieht ja gerade eingeblendet, wenn ich irgendwelche Objekte im Vordergrund habe, zum Beispiel Blümchen, da habe ich natürlich die Blende ein bisschen aufgemacht, sodass ich die Lichter im Hintergrund als Bokeh darstellen kann. Und wir haben jetzt hier gartengerade Kirschenblüten. Ja, also das ist japanische Kirche, 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 die bei uns hier wächst, also die ist wunderschön. Und damit kann man natürlich auch sowas fotografieren. Die Fotos sieht ja natürlich auch eingeblendet. Also hier würde ich sagen, okay, die Blende macht mir ein bisschen zu, weil bei Blende 1,4 Fokusbereich ist wirklich sehr, sehr kurz. Und eine Blüte kann zum Beispiel scharf sein, die nächste ist schon unscharf. Gut, wenn das gewollt ist und wenn das ästhetisch sich vereinbaren lässt, dann können wir das natürlich machen. Aber Achtung, 1,4 ist wirklich ein sehr kurzer Fokusbereich. Wenn wir zum Beispiel Porträts fotografieren, wenn wir frontal fotografieren und auf die Augen fokussieren, wenn die Augen sich auf einer Fläche befinden, dann klappt das natürlich wunderbar. Aber wenn man den Kopf ein bisschen zur Seite dreht, ein Auge ist scharf, ein anderer Auge ist unscharf. Aber trotzdem haben Micho und ich sehr schöne Porträtaufnahmen gemacht, klassisch im blauen Salon, bei vorhandenem Licht übrigens mit Dampf, so wie wir das gerne machen. Und die Fotos sieht er gerade, wir haben sie schon bei Social Media gepostet, auf Instagram und auf Facebook. Einige haben gedacht, okay, gebe ich ein Like oder nicht, weil sie wappen gerade und wappen ist schlecht. Aber einige waren so mutig und haben Bilder geliked und gute Kommentare hinterlassen. Vielen Dank an dieser Stelle. Ja, jetzt ist die Frage, klar, also Sony Alpha 7 R4, das ist natürlich eine sehr hochauflösende Kamera, hat 61 Megapixel und da braucht man natürlich qualitativ hochwertige Optiken. Und genau diese Serie von Sony, also G-Master, ist dafür auch gedacht. Wir haben einige Objektive, die aus G-Master Serie sind. Und das ist quasi ein Objektiv, was leicht und kompakt ist und richtig geile Ergebnisse liefert. Ein kleiner Tipp, wenn ihr mit so einem lichtstarken Objektiv fotografiert und wenn ihr zum Beispiel nur ein Objekt scharf dargestellt haben möchtet, dann würde ich Spotfokussierung nutzen. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel auf Breit setze, dann weiß die Kamera vielleicht nicht ganz, was gemeint ist, was wir fotografieren wollen. Deshalb also hier zum Beispiel bei diesen Kirschblüten werde ich sagen, okay, also ich mache jetzt mal hier die Blende auf 2, so, also Bokeh im Hintergrund sieht schon sehr gut aus. Ich setze es ein bisschen höher, so, dann vielleicht mal im Hochformat. Und ich fokussiere immer mit dem Spot, immer mit dem Spot, weil wenn ich mit dem Spot fokussiere, dann weiß ich ganz genau, wo ich Priorität lege, wo ich die Schärfe haben möchte. Und dann kann eigentlich nichts schief gehen. Wenn ihr in der Stadt fotografiert, dann klar, dann könnt ihr natürlich mit der Fokusposition breit arbeiten. Blende zum Beispiel 5,6, 6,3 oder 8, dann ist das überhaupt kein Problem. Aber bei einzelnen Objekten oder wenn ich zum Beispiel ein Motiv fotografiere, wie ich das sehr gerne mache, ein Motorrad und Hintergrund soll verschwommen sein, dann auf jeden Fall mit Spot. Und Spot, wenn ich das so anschaue, also ich benutze fast immer kleinen Spot. Also mit dem kleinen Spot kann ich wirklich die feinsten Details anvisieren und dann kann eigentlich nichts schief gehen. Das, was ich gerade mache, das können wir unter abstrakter Fotografie verbuchen. Also ich fokussiere jetzt auf den Stein, also nicht aufs Wasser. Und ich sehe eine Spiegelung im Wasser. Das heißt, der Stein spiegelt sich im Wasser, dann gibt es hier noch ein paar Steine und wir haben im Prinzip so ein abstraktes Gemälde. Und ich habe hier auch Blende 2,0 benutzt. Also das kann man ausdrucken, an die Wand hängen oder der Oma schenken. Für spontane Produktfotografie ist dieses Objektiv natürlich auch geeignet. Wir haben hier einen Schrank mit unseren Lieblingsgetränken und es ist von hinten beleuchtet, sodass wir den blauen Hintergrund sehen, also blauer Salon, blauer Hintergrund und den Rahmen von diesem Regal kann ich als natürlichen Bilderrahmen benutzen. Das erklären wir übrigens in allen unseren Produkten. Moderne Architekturfotografie zum Beispiel, das hat jetzt mit Architektur nicht viel zu tun, aber da gelten natürlich die gleichen Regeln. Und hier fotografiere ich ganz gerne zum Beispiel mit Blende 1,4, 1,8 oder 2, sodass wir ein schönes Bokeh bekommen. Und dank Lichtstärke, also das Objektiv ist sehr lichtstark, kommen wir auf maximal 250 ISO. Schaut mal, wie das funktioniert. Also ich fokussiere jetzt mit dem Spot auf eine Flasche, also jetzt zweite von rechts. Und ich versuche das Ganze sehr gerade zu halten. Gut, die Spiegelung aus dem Fenster sieht man ein bisschen aus, aber es macht nichts. So. Und so sieht das aus. Auf jeden Fall, mit Blende 2 haben wir ein bisschen mehr Schärfentiefe und das passt bei Produktfotografie sehr gut. Übrigens, einige haben mich gefragt, wie fotografiere ich Flaschen ohne Spiegelungen? Ich kann euch trösten, dazu kommt bald ein Video. Daran arbeiten wir gerade, aber noch ein bisschen Geduld. Ja, also so viel dazu. Jetzt kommen wir zum Preis. Also ich habe jetzt Preisvergleich gemacht. Wir kommen irgendwie auf 1700 Euro, wenn wir dieses Objektiv kaufen. Das ist natürlich heftig. Absolut heftig, muss ich sagen. Ich weiß nicht, ob ich mir dieses Objektiv kaufen würde. Gut, klar, es gibt für alles eine Zielgruppe. Und Zielgruppe für dieses Objektiv sind Fotografen, die Wert auf Qualität legen. Also die Wert auf Qualität legen, die keine Kompromisse eingehen wollen. Und klar, der Preis ist natürlich nicht ohne. Ja, aber dafür haben wir nur 500, ich glaube 524 Gramm. Das ist natürlich sehr gut. Das ist leicht. Also wenn ich so durch die Stadt mit der Kamera laufe, dann ist das natürlich cool. Ja, da muss ich jetzt nicht irgendeinen Klotz schleppen. Es ist auf jeden Fall handlich und passt in jede, fast in jede Handtasche. Ja. Einige würden sagen, okay, also muss ich jetzt diesen Preis bezahlen oder nicht, um diese Qualität zu bekommen. Es gibt natürlich Alternativen, das ist jetzt kein Vergleichsvideo. Aber wir haben schon ein Video gezeigt über Sigma 35 mm 1,2, auch für Sony. Das Objektiv wiegt natürlich das Doppelte. Also wir haben hier tatsächlich so ein Oschi. Das ist schon sehr schwer und es ist alles größer. Aber so meine subjektive Meinung dazu, die Abbildungsqualität ist besser. Also ich habe den Eindruck, dass Sigma irgendwie ein bisschen schärfer abbildet. Gut, kann man natürlich vielleicht nicht vergleichen, weil Sigma 35 mm ist 1,2. Das hier ist 1,4. Aber wie gesagt, also Sigma wäre in dem Fall mein Favorit. Und vom Preis her ist das auch irgendwie so um die 300 Euro günstiger. Aber das muss natürlich jeder für sich entscheiden. Wenn er Top-Qualität mit wenig Gewicht kombinieren wollte, dann würde ich natürlich das nehmen. Wenn er sagt, okay, ich bin bereit, ein bisschen mehr zu schleppen, dann Sigma. Ja, also deshalb, wie gesagt, kein Vergleichsvideo, das ist das Review zu diesem Objektiv. Auf jeden Fall, das Objektiv hat mich jetzt auf der ganzen Linie überzeugt. Also Schärfe ist super, ja, Bokeh ist gigantisch. Ihr seht das auf den Bildern, also wir haben jetzt während des Videos eingeblendet. Und klar, also wer Qualität mag, wer höchste Wert auf Qualität legt, zum Beispiel in Kombination mit hoher Auflösung, wenn wir mit 62 oder 61 Megapixel arbeiten, dann können wir natürlich keine Kompromisse eingehen. Wenn wir zum Beispiel eine billige Linse auf diese Kamera draufschrauben, dann sehen wir sofort, okay, irgendwas stimmt nicht. Ja, also das ist jetzt alles, was ich zu diesem Objektiv in Kombination mit dieser Kamera euch erzählen wollte. Jetzt müsst ihr selbst entscheiden, ob es euch gefällt oder nicht gefällt. Aber gut, das ist immer sehr unterschiedlich und einer mag, der andere nicht. Wenn euch das Video gefallen hat, dann hinterlasst mir deinen Like, abonniert unseren Channel. Ihr werdet Mitglied bei unserem Channel. Und für Mitglieder stellen wir wie immer die Rohdaten, also diese Kombi, zur Verfügung, so dass ihr selbst euer Urteil bilden könnt in puncto Schärfe, Bokeh und so weiter. Ja, einfach mal durchprobieren und dann werdet ihr sehen, ob das was für euch ist oder nicht. Ansonsten, wenn ihr noch mehr lernen wollt zum Thema Fotografie, Bildbearbeitung in Photoshop, Bildbearbeitung in Lightroom, Presets, Aktionen, Bücher, Reisevideos, Reisevideos, okay, also Reisen gibt es irgendwann mal wieder. Ja, auf jeden Fall gibt es alles bei uns im Shop und wir freuen uns, wenn ihr vorbeikommt. Dann an dieser Stelle wünsche ich euch alles Gute, seid brav, fotografiert mit der Kamera, die ihr habt, mit Festbrennweiten oder mit Zoom-Objektivien. Hauptsache die Fotos sehen gut aus und alle freuen sich. Dann bis zum nächsten Mal, grüßt Oma, ciao.